Wir sind hier auf der Birgeralm, Tag 1, 4, 3. Das Wälder ist wie es seht, traumhaft. Das Bessere, es gibt es kaum. Und wir werden uns dann gleich mal auf die Biste genommen. Das ist ja richtig. Also wir gehen jetzt gleich mal an. Das sexy Fotoshooting haben wir schon hinter uns. Das ist sehr wohl richtig. Das erste Arbeit dann der Spaß. Wir werden euch dann laufend halten, was da herum so passiert. Wie das Ganze weitergeht und wie das ausartet. Also bis dann. Ciao. Ein wunderschöner Tag. Die anderen sind gerade auf der Biste. Und ich warte da auf dem Kelly. Der kommt nicht. Mal schauen, was es hier gibt. Sonst ist es eh herrlich, muss man sagen. Also es ist 11.55 Uhr. Unser oberster Feiermauer, der Herr Kaleminer, Dominik. Ist auch da. Stanzer muss es natürlich kennen. Kumpas am Lauf. Kau. Lorenzen. Entschuldigung, er muss es nicht kennen. Jetzt aus Lorenzen. Und wir sind beim sechsten Bier, fünften Bier. Vierten. Wir treiben jetzt. Drittes. Viertes. 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 Plus Jägermeister. Viertes. Plus Jägermeister. Wenn du sie nicht hast. Ja, dann hab ich, ich bin bei vier wie du Gottl. Eines ist auch da. So ein Nost und Feuch. Und wir hauen uns jetzt dann mal auf die Bisten wieder. Seid was wir essen und so. Ja, wir schmeißen es jetzt wieder auf die Piste. Geht die ganze Geschichte wieder weiter da? Geht die Pude ab. Ja, 13 Uhr. Bürgeralm, der Rauschheld. Und... Es zieht gerade ein bisschen den Abel auf. Darum hauen wir uns jetzt wieder ein bisschen hinter hinten. Und suchen einen schönen Musi. Ja. Also... Ja, wir werden jetzt da da in Zeche mal befragen, wie er das gemacht hat. Er hat gesagt, dass es schön warm in unserer hinten ist. Dann schauen wir mal rein, gell. So, zeig her mal, Zeche. Zeig her mal. Das ist Feuer. Die will in der Hitze. Da hauen wir den Scheißen ab. Der haut gerne mal so. Ist das schön warm seit dem Abend wieder? Ja. Sicher, gell. Das muss man schon. Und da hauen wir noch. Extra-Spezial-Kohlen. Die bringen den richtigen Zunde erst. Wo ist der Neustange? In der Ofen. Okay. Da ist der Ofen vor da. Okay. Gut. Da anbaut Heinz ja nix da. Was? Ich bin nicht da. Dann haben wir ja... Maxensheinz gemeint. Jetzt sag ich nein, ich muss nur was sagen. Küchenchefs. In Buschkin. In Buschkin. Kann man Puh trinken. Ist gut. Na, was schmeckt's? Na... 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 Nach Blackberry. Blackberry. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt umgesteckt wieder auf Whisky-Pur. Von Whisky-Pur auf Whisky-Pur. Und wir sagen, das ist viel besser. Und ich fahre mir heute schon wieder von Limsey Opfel. Was man... Ja, lechter trinken. Ja. Man muss ja beachten, dass man wenig Alkohol bekommt. Ich meine... Ich weiß nicht, ich schau mal noch. Dann machen wir mal nach, was wir da haben. Okay, tschüss. Ja, wir haben die Zeit, oder? Ist das warm, das Motor? Ja, warm, oder? Ja, warm, oder? Schau mal schauen. Also, es ist 5er-2. So. Wie man sieht, hucken wir eigentlich schon alle. Bereits für die Piste. Bereits für die Piste. In der... Max, schau her. Wir hocken eigentlich alle schon in der Hütte. Werner und Don... Ich sehe fast nichts. Werner und Don, aber... Werner und Don muss ich was... Ich meine, es ist dunkel. Werner und Don, aber der Walter macht die Hütte. Mach die Augen auf. Schau das Bild an und sag, es ist nicht dunkel, oder? Es ist fein. Naja, wurscht. Tonbaustreitigkeit. Naja, wurscht. Es war auch der dritte Eindruck ins... Oder vierte, ich weiß nicht genau, ich bin jetzt am Laufenden Stand. Ins Tagebuch. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Ist echt gar nichts. Ist echt gar nichts. Ist echt gar nichts. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Okay. Das wars jetzt wirklich vom vierten oder fünften Eindruck. Ja. Äh, Don, aber werner was so? Ich fotografiere die jetzt. Schalke kritisiert. Schalke kritisiert. Danke. Okay, Tombo hat sein Bad, da, ladies. Wenn wir mit dem auch verdächtigen. Also, es ist zehn vor vier. Es sind alle von der Hütten zurück. Ich möchte auch hier im Wider sein, wäre ja so. Jetzt geht's wirklich mal nur umsuchen. Aber ich sage, Herr, der Keller ist schon daheim. Der Fabi hat die Hütten erreicht, wenn man das sieht. Ich probier's. Aber, ja. Hei kommt bei der Kritisieren. Also, filmen wir noch mal das. Ich glaube, er hat trotzdem glaubt, er ist witzig mit der Aktion. So lang? Greis soweit, greis soweit. Da kann ich mich vorher noch mal filmen, weil... Ich bin ja noch mal gespannt. Etta, etta, etta! Wer hat das doch geschafft? Alter! Fabi spricht auch mal zwar ein weises Wort in die Kamera. Alter! Ein weises Gunther. Naja, wir werden jetzt ein bisschen weitergehen. Ich füge noch dazu. Zweckschleure Töne. Ja, das hat alles erklärt. Viel Spaß, wie sehen wir uns morgen? Morgen? Ja, du, morgen spätestens in... Oder heute Abend. Schau, Fabi, schau, Fabi. Äh, weiß nicht. Naja, gut. Das war's wieder mal. Zum Teil. Es kommt bei dir noch was. Macht das gut. Und wir sehen uns. Also, ich hab vorhin was vergessen bei der, bei der, beim Video Tagebuch. Ich mach jetzt mal eine kleine Führung durchs Haus. Da ist unser schöner Ofen, der aus uns eingeheizt hat, bis auf 20 Grad. Also angenehmste Temperaturen wie im Hochzimmer. Da, die Küche ist ein bisschen gern, ein bisschen kalt, ein bisschen eng und ein bisschen unbelichtet. Und dann, schauen wir mal auf wieder. Schauen wir mal, wie's da auf wieder ausschaut. Also, dann geben wir mal die Stufen auf, bitte. Jetzt treten wir ein in unser Schlafgemach. Es ist auch ein bisschen eng, aber es ist gemütlich, also richtig häuslich so. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also das ist Heinz und mein Zimmer. Da haben wir einen Wahnsinns Ausblick nach draußen. Ist sicher leider nichts durch, weil die Scheiben angelaufen ist. Und da schläft heute der Rest. Also Mahn und Güü und Tompa. Dann begehen wir uns wieder nach unten. Die Hitze zieht natürlich auch schön durch auf. Also Aromen ist auch angenehm warm. Dann marschieren wir wieder zurück über die Stirn. Die Stahl durch. Laufbastel. Dann sind wir wieder im Hauptraum da. Wo eigentlich alle schießen und saufen. Der Brot ist wahrscheinlich kalt. Der Alkohol will natürlich auch auf die ins Tagebuch hören. Der hat sich im Platz auch redlich verdient. Nur die Riesenflaschen. Die Paletten sind draußen. Zwei Litten. Zwei Litten. Zwei Liter. Zwei Litten. Zwei Liter mehr. Das ist halt dann so. Und draußen stehen dann die Paletten. Aber das ist jetzt uninteressant. Damit verabschiede ich mich jetzt da. Da einmal. Jetzt springe ich ja ins Luft. Und drei. Es ist. Drei Viertel. Sechs. Ich sag, Kone ist schon relativ getrunken. Heinz ist bei der Mittag. Na 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 na. So geht die Paletten. Ja Fabi. Fabi ist richtig. Neste Erschwache. Nächste Erschwache. Nächste Erschwache. Kotzschmerzen. Etwas trinken wir. Es hat immerhin stark gehalten. Sollten wir es an den Start setzen? Wir hätten die Schluß noch haben. Nicht ganz. Ich weiß nicht. Ich beweg' uns jetzt einmal Richtung draußen. Wir gehen einmal in die Ragen. Wir hätten die Schluß noch haben. Also übergebe ich das an den Domba. So. Jetzt machen wir mal. Ja. Er will noch was sagen. Göl und Manus spielen ein Extranter. Ich spiele gerade eine perfekte Partie. Ich spiele den Schuh. Da bauen wir einen Extranter. Ich bin aus der Abbrunner. Wollten wir gerade die Regeln auch gerne. Now can come what wants. Now can come what wants. Now can come what wants. So. Tagebuch. Es ist. Ja. 17 Uhr. 59. Die anderen sind gerade rauchen. Bis auf Manu. Manu raucht nicht. Manu ist schon wieder da. Aber ich würde mal schauen. Ja. Manu ist ja nicht da auch. Manu ist ja nicht da auch. Ich möchte bitte Mitteil. Ich gehe mit Mitteil. Nein. Dass ich. Beim. Beim. Du. Du. Malibu Schnaps. Ist auch nämlich so. Extrem scharf. Malibu Scharf. Extrem scharf. Ich habe dich schon gesehen. Extrem scharf. Ich habe dich schon gesehen. Extrem scharf. Das ist das gleiche wie Malibu. Über diesen kleinen Aufzecker. Was ist noch scharf? Was ist noch scharf? Nein, basta. Nein, ist okay. Was ist da? Ich muss sagen. Für dich ist das. Wir haben alle eine hohe Birne. Wir haben keinen Alkohol. Wir haben keinen Schluck. Es ist sexy. Wir sind aber alle todmüder. Und schauen, dass wir morgen viel sind. Wer ist todmüder? Und? Ich bin ja nicht todmüder, muss ich sagen. Na, man muss auch sagen. Ich habe super eingegangen. Jetzt haben wir schon 25 Grad. Gleich erreicht. Ich schau, dass wir noch auf die 2.30 hin ratern. Wenn wir eine Sauna da rein tun. Dann ist alles perfekt. Ja, die Sauna immer schon, ja. Na ja, das war auch der letzte. Nein, vorletzte, letzte. Nein. Der letzte Tagebucheintrag wird an jedem Tage von der betrunkensten Person, die erst nicht erwartet ist, durchgeführt.